Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline, wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren, wäre ja mal ein Anfang. Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das zweite System wieder angesprochen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Haben Sie das gegessen? Ich bin mir nicht sicher. Zum Teufel! Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum! Was? Was ist das Ding, Abel? Selbst was, Energie! Komm schon! Ja! Alter, verfrisst uns wieder! Die Türen sind offen, weg hier! Brenn, Alter! Verkündet das, Leuny! notice, auch hier! Ja! Ja! Nicht Muslim ist registration! Die Türen sind guarantische clogges! Ja! Hier spricht Benson. Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen sie sich durch das Schiff. Bleibt weg und ich... Achtung! Zurück! Zurück! Isaac? Isaac! Gott, kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Isaac, da waren noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn sie auf mich hören, werde ich sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Okay, Wagon 1 ist kaputt. Wir haben ihn zwanzig vorgeschafft, aber jetzt wird der Verlader hinüber. Ich brauche uns jetzt sofort ein Schadenmodul. Wenn wir das Scheißding nicht von den Türen ziehen, wird es das ganze System lahmlegen. defekter Monorail-Wagon wird gesetzt. Bitte warten. Isaac, du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Ich liege dir die Monorail-Beatmet. Ich Loop Nein! Isaac, ich habe mich ins Sicherheitssystem des Decks gehackt. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017